ja mein name ist christian ich bin ein cyberwarrior so so endzeit und steampunk sowas in die richtung und ich mache ich mache das sogar so weit ich habe eine eigene firma die die halloween veranstaltungen macht deshalb habe ich halt das zeug auch selber gebastelt ich habe so zwei wochen arbeitszeit auch mit viel fantasie teile von ritterrüstung und bisschen schrott bisschen heizungsrohr bisschen kinderspielzeug das ist das ist ritterrüstung das ist auch aus einer ritterrüstung manche kinder finden es cool manche kinder rennen weg ja aber ich sehe dich weil da kann ich durchgucken ist gut angekommen ja doch das ist also das hat auch spaß gemacht wir sind ein bisschen rausgefallen aus der masse und sind auch fotografiert worden und die leute fanden es toll ja ich bin das erste mal hier auf der elf ente sie ver hat mir sehr gut gefallen also ich werde auch wahrscheinlich wenn ich es schaffe wieder kommen na gut hier laufen viele rum von verschiedenen richtungen mittelalter science fiction fantasy das ist halt alles kombiniert macht sehr viel spaß was mich sehr beeindruckt hat ist allein der ort hier also das schloss ist ganz toll ja die ganzen die ganzen parks und das ganze und das japanische und das asiatische und dann wieder die wasserfälle und also das ist super und also auch die organisation also mir gefällt es hier richtig gut nächste mal werde ich zwei tage kommen